Zwangsmischer Bulltor 55 Liter Der Bulltor 55L Zwangsmischer ist ein kleiner, handlicher und mobiler Zwangsmischer, welcher seinem Nutzer das Arbeiten erheblich vereinfacht und als äußerst unkompliziert gestaltet. Zunächst einmal besitzt das Gerät eine sehr angenehme Höhe, was dafür sorgt, dass das Arbeiten nicht allzu anstrengend wird und sich als angenehm und unkompliziert gestaltet. Durch die Räder, welche an dem Zwangsmischer angebracht sind, ist das Gerät mobil und an verschiedenen Örtlichkeiten einsetzbar. So kann es einfach, schnell und leicht transportiert werden. Die handlichen Handgriffe, an welchen das Gerät geführt werden kann, liegen fest und gut in den Händen, sodass sie rutschfest und sicher sind. Eine sichere und kontrollierte Führung des Zwangsmischers ist somit gewährleistet. Das Eigengewicht von 40 kg sorgt dafür, dass das Bewegen des Gerätes nicht besonders schwer ist und schnell erfolgen kann. Dennoch steht es, dank des Gewichtes, fest, sicher und stabil auf den Boden, um ein sicheres Arbeiten zu garantieren. Doch das Gerät ist nicht nur äußerst mobil und handhablich, sondern hat auch ein großes Fassungsvermögen von 55 Litern. So können verschiedene Rezepturen einfach und schnell in ihm gemischt und zubereitet werden. Die Mischdauer in diesem Zwangsmischer ist nicht sehr lange, sondern geht, dank der 370 starken Leistung dieses Gerätes, schnell und zuverlässig. Doch nicht nur die Leistung, sondern auch die 55 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein gutes, schnelles und makelloses Eggenbiss der Gemischenrezeptur. Dank der Mobilität kann man die Mischung so in dem Behälter zu dem Einsatzort transportieren und sich so die Arbeit erleichtern. Zu dem aktuellen Stand im August 2016 kostet dieses Gerät um die 385 Euro.